Ja, einen wunderschönen guten Tag. Du warst doch eben schon mal hier, ne? Du bist ja abgehauen wegen dem Roten. Aber ich bin mir nicht sicher. So, magst du ein Nüsschen? Nein? Verschnippt. Dann ist das wieder ein ganz anderes Schwarzes. Der wird wieder gesucht. Und stiften gegangen. Naja, dann ist das so. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Keine Klopperei. Und so weiter.